das sind extrem macht bin ich wieder irgendwas das war sie natürlich nicht das haben wir fertig dem haben wir fertig eine steinwand bauen wir steinwände ich habe jetzt mal 18 steinwände gebaut die sind richtig nervig die halten einen voll ab von allem hallo 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 ich werde gleich noch ein paar steine fahren ich bin so hallo ich weiß dass du hunger hast oh oh was oh oh Vorsicht Aua komm her ich bin gehauen lauf 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 ja jetzt greift es ja nur noch mich an jetzt um zu streamen eigentlich angreifen komm her böser hund alter wo waren jetzt die kacken kochtöpfe ja die holzkohle wo so 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 mit beiden futter kochtöpfe einmal 2 open kochtöpfe guck willst du was kochen hm willst du was kochen hm 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 da hängt da monsterfleisch dran ja weil das getrocknet man essen kann ok bist du sicher dann essen das werde ich ja bin sicher ja meine hackbällchen bällchen mhm babam alles voll hm 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 das liebe ich daran du kannst auch gammelfleisch reintun ich weiß du kannst alles mögliche reinschmeißen lecker lecker was ist denn das hey ich schieb mich doch nicht weg du hast warte jetzt gemacht ich pack da essen rein ich mach essen fertig da war ich schon dran eben aber irgendwie kann ich da grad nix machen weil du mich wirklich schurmen hast er ist fertig essen fertig du musst dich mal wieder rasieren weiß hat eigentlich den rasierer mit ihm so mein essen ist auch fertig ich eine runde koch ich noch so guck guck ich sehe schon was da nehmt äh achja und lass mal dass du das fleisch da rein tust lass das wieder hinhengen Das Gammelfleisch kannst du ja benutzen. Ja, das Gammelfleisch, aber nicht das normale Fleisch. Hier ist eine Holzkiste. Fuck ich mal das hier alles rein. Ein Stickasche habe ich noch. Charcoal. Ding zum Anzünden. Ich habe keine Spitzzocke. Okay. Dein Essen ist für dich. Ich mache mal eben nochmal. Ein paar Steinwände. Das ist falsch. So. Jetzt gehen wir wieder hier runter. Alter, jetzt nicht verarschen. Alter, nimm doch die Kacken. Wie groß willst du das Ding an hier machen? Oh, ja, genau. Mach zwei Dinger da hin. Hey. Bisschen groß, ne? Erstmal ins Pflanzen. Hast du dann genug dafür? Naja, ich kann nochmal losgehen. So. Ja, wir sollten ja alles hier drinnen haben. Es sollten ja später kommen ja noch Schweine dazu und sowas. Ja, wir machen das schon. Das hat mir noch nie sowas, ne? Hm? Sowas. Nö. Du? Ne. Na, wir hätten alles nach unten ziehen können. Guck mal, hier unten ist ja ne... Hier unten wird auch mehr, ne? Ja, hätte man das mehr ausnutzen können. Na, ist egal. Egal. Nein, wir haben ja erstmal noch große Eingänge. Ich mach hinterm Portal komplett zu, ne? Ja, mach doch. Wieso sank ich hier an dieser Mauer? Scheint's zu zu sein. Kann man glaube ich nicht durch, ne? Ne. Okay. Drop. Drop the Bice. Ne? Drop the Bice. Drop the Bice. So, jetzt haben wir erstmal so einen großen Radius hier. Ich brauche Essen, das ist das Problem. Essenstecker. Das sollten wir erstmal ausstocken. Ja. Aber was kann man denn sich noch bauen? Wo man vielleicht drauf hinterarbeiten kann. Oh, Essen ist fertig. Was? Solltest du vielleicht dir auch holen. Hm? Solltest du dir vielleicht auch holen. Was? Gunpowder. Sollte ich mich mehr holen. Das Zeug. Links gut. 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 Ähm. Pappapam. Ich weiß nicht, dass ich hier Stück schon von den Dingen hab. Okay. Ne Birdfalle. Ne Bird, Bird, Birdfalle. Was brauchen wir denn für ne Birdfalle? Ach, da brauchen wir auch Spinnweben. Ah, es wird wieder halb dunkel. Ach, du ahnst es nicht. Ja, aber immer. Jetzt ist es noch länger Tag. Okay. Einen. Mhm. Äh, Wainometer und Thermal könnten wir auch noch machen. Mhm. Bumerang, was brauchen wir denn dafür? Ach da brauchen wir erst einen Prototypen für, okay. Einen Toothstrip? Ja, Zähne brauchen wir. Und Lock. Ah ja, die Gems, genau. Gems? Da brauchen wir eine Schaufel. Und dann kann man das machen.